Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir alles, was du wissen musst, innerhalb nur 5 Minuten zu dem EMA-Indikator. Das heißt, ich erkläre dir, was der Exponential Moving Average ist, wie man ihn anwenden kann und zeige dir hinterher dann direkt am Chart, was man genau mit dem EMA-Indikator machen kann. All das habe ich vorbereitet. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und schauen uns das Ganze direkt an nach dem Intro. Angekommen im Chart, schauen wir uns das Ganze hier direkt einmal an. Um zu erklären, was der EMA-Indikator ist, müssen wir natürlich wissen, wo wir ihn finden. Wir schauen hier in unserem Broker in der XTBX Station, Link dazu unten in der Videobeschreibung, geben wir ein EMA, das steht für wie gesagt Exponential Moving Average oder Exponentialer Gleitender Durchschnitt im Deutschen. Wir sehen dann hier einmal die Einstellungen zum EMA. Wir haben hier einmal die Periode. Die Periode gibt an, wie viele Kerzen in der Rückbetrachtung betrachtet werden sollen. Was bedeutet das? Der Exponential Moving Average nimmt die Kerzen, die wir hier eingeben, hier 100 und dann nimmt er einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt über diese 100 Kerzen. Wir können das Ganze noch verschieben, das heißt wir können es nach links oder rechts verschieben, wenn wir 1 oder minus 1 gehen und wir können das basierend auf dem Öffnungskurs der Kerzen machen, auf dem Schlusskurs der Kerzen, auf dem Hoch der Kerzen und auf dem Tief der Kerzen. Ich habe das Ganze immer auf dem Close der Kerzen, um den Schlusskurs der Kerzen hier zu betrachten. Was wir hier nun also einstellen, sind die letzten 100 Kerzen. Von den 100 Kerzen den Schlusskurs und den glätten wir exponentiell. Das Ganze lassen wir uns hier in der Farbe blau anzeigen und eine Dichte, dass es hinterher wie stark das Ganze hinterher im Kurs angezeigt wird. Wir ziehen das Ganze in den Chart und sehen, es wird direkt in den Chart geplottet. Wir sehen, diese Linie zieht sich einmal durch, da von diesem Punkt hier 100 Kerzen zurückgearbeitet wird, von diesem Punkt hier 100 Kerzen zurückgearbeitet wird und immer so weiter. Jetzt hast du gerade gesehen, dass hier eine neue Kerze entstanden ist, deswegen sind wir auf dem 1-Minuten-Chart. Jede neue Minute entsteht eine neue Kerze und dementsprechend natürlich auch eine neue EMA-Linie bzw. ein neues Stück der EMA. Wie du hier siehst, ist also die EMA nachlaufen. Das heißt, wir beziehen Kurse aus der Vergangenheit, um diese Linie hier in den Chart zu holen. Wir können also keine Kurse in der Zukunft direkt damit bestimmen. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, in welchen Assets nutze ich EMA oder SMA, das heißt Simple Moving Average oder Exponential Moving Average. Und hier ist es ganz, ganz klar, dass ich generell den EMA erstmal bevorzuge, das heißt den EMA-Indikator hier bevorzuge ich über dem SMA-Indikator. Und dass ebenfalls da in volatileren Marktphasen der EMA-Indikator viel, viel schneller reagiert als der SMA-Indikator. Und das kann ich auch zeigen, wenn wir hier einfach mal eine SMA reinholen und die machen wir in gelb, dann sehen wir bis, obwohl wir hier so sehr, sehr stark gefallen sind, zieht die EMA sehr schön nach. Und wir orientieren uns auch hier wieder an der EMA und die SMA braucht einfach relativ lange, bis wir hier nachgezogen sind. Das heißt, wer relativ volatile Kurse traden möchte, der ist mit der EMA besser aufgehoben. Was können wir jetzt mit der EMA machen? Und das ist Punkt 1, Widerstandszonen bzw. Unterstützungszonen. Wie funktioniert das Ganze? Wir schauen uns hier einmal die EMA an. Ich habe hier eine EMA 5070 Close auf unseren Euro-US-Dollar-15-Minuten-Chart reingeholt. Und wir sehen, wir steigen hier über unsere EMA an und dann orientieren wir uns hier direkt zum ersten Mal an unserer 50er EMA. Wir steigen wiederum an, orientieren uns hier wiederum. Das heißt, wir bekommen hier immer wieder Support anhand unserer 50er EMA. Und dort, wo wir Support bekommen, dort fallen wir natürlich auch mal ein bisschen tiefer. Hier fallen wir beispielsweise dann auf die 200er EMA. Das weiß ich auswendig, da ich mir den Chart schon öfter mal angeschaut habe auf dem Euro-US-Dollar. Das heißt, wenn wir hier die 200er EMA einmal reinholen, wir machen die in schwarz, dann sehen wir, treffen wir genau auf die 200er EMA. Und das heißt, wir können auch mit EMAs Support- und Resistance-Zonen festlegen. Sagen wir beispielsweise, wir kaufen, sofern wir uns zwischen unserer 50er, 100er und 200er EMA befinden, dann könnte man das Ganze beispielsweise so einstellen, dass wir hier die 50er, die 100er und 200er haben. Hier brechen wir sowohl über 50, 100 und 200, kommen zum Chart zurück, kaufen dort. An der 50er kommen hier wiederum zwischen die 50er und 100er, kaufen dort, kaufen hier wiederum über 100, 200 und 50 und hier nochmal an der 50er. Und wann verkaufen wir, wenn wir natürlich hier wiederum unter die 200er gefallen sind und somit alle nach unten durchbrochen haben. Dieses Video ist gesponsort von XTB. XTB ist der Broker meines Vertrauens, auf dem ich auch selber trade. XTB stellt nicht nur die meiner Meinung nach besten Konditionen für das Forex Trading, sondern auch für Kryptowährungen und Indizes. Aktuell bekommst du bei XTB sogar 4,2% Zinsen auf nicht investiertes Kapital, was unschlagbar ist. Der Broker ist mehrfach ausgezeichnet und reguliert. Trading kannst du, wie du auch in diesem Video siehst, über die XTB XStation. Ich habe dir den Link mit den besten Konditionen zu XTB unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank an XTB für das Sponsoren des heutigen Videos. Wir sehen auch hier haben wir uns sehr, sehr schön nochmal an der 50er orientiert. Und hier brechen wir dann wirklich stark durch die 50er durch, orientieren uns wieder an der 200er, wieder an der 50er, aber hier zum ersten Mal dann als Resistance. Das heißt, hier war es Support, 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 Support. Hier ebenfalls noch Support an der 200er. Und hier sehen wir zum ersten Mal, dass Widerstand bzw. Resistance an der 50er aufgeht. Und ab diesem Moment fallen wir dann natürlich auch unter unsere 200er EMA. Und das ganze Spielchen geht nach hinten los bzw. auf die andere Seite, dass wir hier dann Resistance oberhalb unserer EMAs bekommen. Also zwischen der 50er, 100er und 200er EMA. Dreimal Resistance mit Resistance Zone und auch das können wir sehr, sehr schön traden. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, was man machen kann mit EMAs, ist prinzipiell ein Cross zu traden. Das heißt, wie du bereits eben gesehen hast, wenn wir hier eine 100er EMA in Blau haben und eine 200er EMA in Dunkelblau haben, die 100er EMA ist natürlich die schnellere EMA, da sie weniger Kerzen bzw. die letzten Kerzen, die letzten 100 Kerzen und nicht die letzten 200 Kerzen mit einbezieht. Dementsprechend ist sie schneller, sie durchbricht hier nach unten unsere 200er EMA und dementsprechend sehen wir, ab hier fallen wir sehr, sehr stark. Und ab hier könnte man sagen, okay, das ist ein Signal, das man hier verkaufen sollte, da unsere kurzweilige EMA, unsere langweilige EMA nach unten hin durchstritten hat. Sollte dies nach oben hin passieren, natürlich das Gegenteil, dann kann es ein Kaufsignal sein. Natürlich tradet man das Ganze nicht einfach so, was man hier aber machen kann, ist zu sagen, okay, ab hier sind wir bärisch eingestellt, wir gehen also auf fallende Kurse und warten dann, bis sich eine Gelegenheit wie diese hier entwickelt, wo wir hier eine sehr, sehr schöne Support und Resistance Zone ausgemacht haben und dann hier wiederholt in diese Support und Resistance Zone, die sich hier zum ersten Mal ergibt, wieder zurückkommen. Gleichzeitig mit der 100er EMA hier in diesem Chart kombinierbar und dann hat man hier einen sehr, sehr schönen Trade, der hier wirklich sehr stark und sehr schnell nach unten gegangen ist. Das gleiche Szenario hatten wir hier ebenfalls nochmal, das heißt, ihr seht, es tritt immer häufiger auf. Wir kommen hier einmal zu unserer 100er EMA, springen wieder nach unten, haben nicht wirklich viel Volatilität am Markt, wie wir hier sehen, sehr, sehr schöne Seitwärtsphase nach oben, auch mit Trendlinien sehr, sehr schön sehbar und dann sehen wir hier, wenn ich das so einzeichne, das wäre hier meine Trendlinie. Jetzt kommen wir genau in dieselbe Zone, wieder an der 100er EMA und dann brechen wir sehr, sehr schnell nach unten. Wir sehen auch hier wieder sehr, sehr schön die Resistance an der 200er EMA und selbstverständlich dreht das Ganze dann irgendwann, wo man dann sieht, okay, wir brechen hier nach oben aus, haben hier dann diesen Bruch nach oben, dieses Cross, wie man sagt, im Trading und dann geht das Ganze auch in die andere Richtung, je nachdem, wann das Cross kommt. Du siehst also, mit der EMA kann man sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen machen. Jetzt noch einmal, welche EMAs sind wichtig, dazu können wir einmal nochmal in die EMA reingehen. Welche nutze ich? Ich nutze die 10er, die 20er, die 50er, die 100er und die 200er. Das heißt, nicht alle gleichzeitig, hin und wieder in Support und Resistance, EMA-Phasen kann man auch mehrere gleichzeitig nutzen. Das kommt aber immer auf die eigene Trading-Strategie an. Jetzt solltest du verstanden haben, was EMAs sind, wie du sie nutzen kannst und ich wünsche dir viel Erfolg damit beim Traden. Vielen Dank an XCB für das Sponsor des heutigen Videos und bis zum nächsten Video. Ciao.